Wer die Zukunft der Chemieindustrie besichtigen will, der muss zu Ihnen ins Ruhrgebiet kommen. Ich denke da zum Beispiel an ein Projekt mit dem schönen Namen Romeo. Es handelt sich dabei um einen neuartigen Reaktortyp. Experten von Evonik haben ihn gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Dänemark und Deutschland entwickelt, sowie mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union. Mit Romeo lassen sich Aldehyde als Vorprodukte etwa für Medikamente oder Waschmittel deutlich umweltschonender herstellen als bisher. So entsteht weniger Abfall. Das ist schon mal gut. Aber zusätzlich sinkt der Energieeinsatz bei der Fertigung dieser wichtigen Produkte um bis zu 80 Prozent. Und das ist wirklich beeindruckend. Uns ist mittlerweile allen klar, wie sehr die Zeit drängt. Dieser Sommer hat uns auf sehr schmerzhafte Art und Weise vor Augen geführt, dass der Klimawandel auch bei uns angekommen ist. Es gibt aber auch ermutigende Zeichen. Die Bereitschaft zu mehr Klimaschutz wächst überall auf der Welt. Viele große Industrienationen und Regionen haben ehrgeizige Klimaziele ausgegeben. Und Beispiele wie Romeo zeigen, die chemische Industrie ist bereits auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Chemische Stoffe sind ein entscheidender Baustein für Solaranlagen oder für die Rotorblätter von Windrädern. Die Chemieindustrie ist aber auch Vorreiter, wenn es darum geht, Emissionen von Treibhausgasen zu senken. Seit 1990 konnte sie ihren Ausstoß um mehr als die Hälfte reduzieren. Und Projekte wie der Romeo-Reaktor zeigen, wie konsequent sie weiter Tempo machen. Ich kann Ihnen nur versichern. Europa wird Ihnen auf diesem Weg Rückenwind geben. Evonik. Leading beyond chemistry.